Es geht los! Noch nicht! Warte auf Ihren Partner! Ah, Kohli! Was tust du? Bis langsam! Und wir rasen aber gleich durch! Weil jetzt können wir's wenigstens nur nicht! Hallo! Wow! Also, willkommen bei Aperture! Ihr seid hier, weil wir die Besten wollen und genau das seid Ihr! Ich kann davon nicht ernster rein bleiben! Der Testbereich ist gleich da vorne! Je schneller Ihr durchkommt, desto eher kriegt Ihr die 60 Dollar! Ja, machen wir ohne Musik! Diese Strecke wurde von den Menschen erschaffen und dann aufgegeben. Wie so oft schaffen Sie etwas Wundervolles und lassen es dann fallen. Oh, du bist es! Geh weg! Oh, lol! Get the potato! No, no, no! No, no! No, no, no! Was gibt's hier noch? Nichts zu mitnehmen! Oh, mh, oh! Na gut! Na gut! Gott! Was müssen wir hier machen? Bestimmt umlegen! Bestimmt gleichzeitig, okay! Nein! Wir sind so schlecht, Alter! Go! Ah, ich war zu früh! Nein! Hä? Wann drückst du? Sobald Go kommt oder nachdem Go verschwindet? Beim Piep! Wacke, beim Piep von Go! Das gibt's doch nicht! Äh? Lass einfach mal wie bekloppt rücken! Hohoho! Drei Zwei Ein Los Wiss ihr warum sie diese Strecke aufgaben? So tödlich! Ah! Was zur Hölle? Tchui tchui tchuu! Wusch wusch! Was zur Hölle wie man Pottl setzen muss hier? Ah! Äh! Was? 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 Oh! Du warst nicht schnell genug! Ach so! Sag mir das doch! Was? 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 Oh! Schittler gab sich einen Schwachkopf! Posse! Was? Schittler! Äh! Nein, fuck! Hä? Hä? Fuck, wirklich! hehehe 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 oh Gott hehehe 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 schön bisschen let heeeey das war knapp nein 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 hehehe euer Versagen macht daraus keine Wissenschaft you are failing does not make your science ok oh ey where gehts hin hier ah hab dich eingeholen oh my god Laser das ist wieder zum aufholen falls jemand weiter hin ok man was ich dachte immer das ist für sie die Hüte müssen Schicks oh 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 nein zwei drei ja ja ich will das hier haben neeein oh 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 hm ich nehme gleich deinen Dankeschön oh 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 ja oh fuck jetzt bin ich ein bisschen weiter hinten oh 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 hast du gerade meine genommen ich bin ich bin übelst weit hinten und ich bin erst bei dem scheiß schwebetrein oh nein oh god fail ha 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 komm mit na 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 da da ha na ha 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 Oh, ne, links, rechts, rechts, links. Besten jetzt noch. Gegen den Schritt. Ich hab so knapp hinter dir nicht drücken kann, was soll denn das? Da hab ich downed R drücker statt F. Ich bin auf dem Spass. Willst du da laden, ja? Achso, man könnte ja auch mal... Jetzt will ich den Scheiß aber mal machen. Oh, Hilfe. Ja, danke. Fucking hell. Wie dich jetzt übrigens in den Lesermor rein schießen wollte. Oh. Das wär so gut gewesen, fuck. Aber ich will das Ding da haben. Ah, da fehlen mir grad die Befugung. Ich hab die Befugung hinterher geschossen, aber er hat dich nicht getroffen. Ich darf euch hier lieb außerhalb offizieller Teststrecken lassen. Ihr nehmt schlechte menschliche Eigenschaften an. Mein Gott, ob es in Runde 4 viele Runden gibt's? Töne. Ich hab auch reich eingestellt. Ah, das ist ja gleich einfacher. Bei dir müsstest du das Grün-Ding nämlich Grün werden. Fuck. Kannst ein bisschen rum experimentieren. Ah, wie ich zu schnell bin dafür, dass es Grün ist. Jetzt spricht er wohl. Ah, Mist, jetzt hätt ich das. Das hätte ich jetzt mal ausprobiert. Ich hätte nicht warten sollen. Doch da seid ihr wieder da. Ganz als wäre nichts geschehen. Was ist das? Das ist so gut. Das ist das beste im ganzen Map. Scheiße ist das geil. Oh was? Oh was geht denn? Oh was geht denn? Oh wie er wiederkommt. Ne ich hab den immer. Hör auf man. Das macht mir übelst Angst. Ich muss bloß die Texturen richtig installieren. Final round. Ja genau. Also bei mir passen die Texturen auch nicht genug. Ja das muss man nachzeigen. Ja genau. Shit. Im Leben geklickt hab. Du Banner hab ich jetzt genau gesehen. Ja zum Glück hast du deine nicht weg gemacht. Ey weiter. Ah. Oiga. Nein. Hahaha. Ahh. Wah. Wah. Woh. Oh shit. I did a great job of disappointing me. Fucking hell man. Was war das eigentlich? Ah! Oh. Etwas knapp. Bis ich daneben gehauen hab. Jawoll! Ah, ich geh zu. Irgendwo war hier noch... Ah, hier. Do not enter. Was? Do not enter. Ich möchte aber entern. Hä? Achso, klar. Ja. Ja, fehl. Yay! Glückwunsch. Du bist schneller als alle anderen. Hallo. Da ist der Ausgang, ja. Da ist... Neustart. Wisst ihr, was mich zum Lachen bringt? Der Gedanke, dass ihr damit aufführen könntest. Neustart. All the restarts. All the restarts to restart! Ja, lass mal die nächste machen. Und wieder eine total tolle map. Hast du jetzt so komplett ironisch hingehört? Komm jetzt! Achso, wir spenden? Ja, natürlich, dass wir nicht mal voten können. Hüpp, hüpp, hüpp. Als Gründer und Leiter von Aperture Science bedanke ich mich für euer Engagement und hoffe, dass ihr uns auch bei den nächsten Experimenten die Treue haltet. Mach auf hier. Sag tschüss, Carolyn. Leb wohl, Carolyn. Däumchen nach oben.